Für den Abschied von Christian Baumann stehen Moritz und Bernd Spall hier. Das letzte Mal hier auf der Gangway, ja? Das würde ich nicht so laut sagen, aber zumindest in der Funktion. Für seine Freunde und die Familie beendet er die Karriere an Bord. Ein neuer Lebensabschnitt fängt jetzt für Christian an und da drücken wir natürlich ganz, ganz doll die Daumen, dass das alles klappt. Und vielleicht kommt er ja irgendwann mal zurück als Urlauber oder vielleicht auch mal als Aushilfe. Und man weiß nie, man sieht sich immer zweimal im Leben oder dreimal oder viermal. Ein letzter Blick zurück und auf geht's Richtung Zukunft. Ja, jetzt wird einem so richtig bewusst, dass es das jetzt war, dass jetzt meine Zeit hier vorbei ist. Es sind schon viele Dinge, die mir fehlen werden, aber zu Hause, das ist alles wichtiger. Und deswegen geht es jetzt nach Hause für mich. Ich freue mich auch jetzt sehr auf zu Hause. Also ich hatte relativ viel Heimweh auf der Reise und bin jetzt wirklich froh, dass ich den Schritt so gegangen bin. Und das ist jetzt praktisch der letzte Schritt in die neue Zukunft. Ich freue mich auch jetzt.